Hol das Personal ab. Hol das Nachtclub-Personal ab. Mach ich doch gerne, aber es wäre schön, wenn ich hier nicht von allen angefahren werde. Den Typen da. Was wartet der denn am Strand? Hopf, na wehe, wenn der keine Party macht. So, richtig spannende Musik hier. Und das Auto soll... Oh, schicke Kache. Die sollten wir am besten nicht schrotten. Sonst denken sie, was haben wir denn hier für einen Mülleimer als Chef. Schönen guten Tag. Kennen wir uns? Jetzt schon. Und gib dem... Äh... Cool, let's do it. Ah, okay, das ist die Bar-Managerin. Gut. Ja, ich bin auch schon ganz, äh, heiß darauf, äh, das ganze Geld zu kassieren. Du hast Connie, die Liquor-Lady? At the Bar? We're keeping it simple. Beer, Shots, Champagne, of course, and some really top-draw whiskey. Bitte nein, ich kann mich nicht während der... Was hat so... Äh, keine Ahnung, ich hab aufgelegt. Wir können das hier doch schön abkürzen. So. Ups. Nein, hab ich mein... Ich hab mein Auto angefahren. Warte, bis der Oberstisch, der in das Fahrzeug gestiegen ist. Oh, gut, der... Ja, das ist Connie, glaub ich. Denk ich. Oh, wie, ich glaub, wir haben hier immer Falschein. Nein, tschüss. So, hoffentlich fragen die mich jetzt... Okay, sie fragen mich schon mal nicht, was Tony gesagt hat. Das ist gut. Oh, nein. Nein, man sollte nicht mit einer Fliege kämpfen, während man Auto fährt. Nein, verschwinde... Und hier... Oh. Äh, hallo. Äh, okay. Hallo. Ich bin dein neuer Chef, der dich richtig schlecht bezahlen wird, aber trotzdem das ganze Geld in meine vollen Taschen stoppen wird. Nee, kein Platz mehr. Kostet zu viel. Und ab geht die Post. Ach, echt, das ist der Techniker, hab ich noch gar nicht gelesen. Ups. Aber die Karre hält uns was aus. Du bist auch meine Geisel und so. Nehmt. Weit. Mist. Ähm. Okay. Oh, wir müssen da lang, hallo. Oh, Entschuldigung, melden Sie sich bitte nicht bei mir, weil ich hab kein Geld. Wie viel Geld hab ich überhaupt noch. Ich hab noch 1,2 Millionen. Ja, so schlecht sieht's ja doch gar nicht aus. Dafür, dass ich mir nie Geld gekauft habe, sondern immer ein richtiger Player geblieben bin. Danke, dauert zu viel, hallo. Hallo, Günther, ja auch. Schnitt. Und zack. So. Hallo. Crew Rang 73, das ist schön. So. Ich hoffe, die arbeiten jetzt schon mal. Sieht ja hier richtig kranzig aus. Okay, okay, wir haben unser Core-Team. Jetzt, wenn wir das Audio-Equipment bekommen, können wir dieses Ort aufbauen. Wenn du bereit bist, komm und access die Computer. Okay, head out into the desert. Ja, schön, aber jetzt stellst du mir kein Auto zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob diese Leute sind Dorks, DJs oder Doomsday-Preppers. Wahrscheinlich all of the above. Aber sie haben ein Killer-System, kriegst sie einen wieder zurück. Die Crew hat ein bisschen eine Festival-Weind-Down-Party. Also geh da hin und geh das System. Und vielleicht versuch, nicht zu jemanden zu töten. Ich habe genug Angst, wie es ist. Ja, ich hätte jetzt sowieso aufgelegt von da her. Hallo. Oh, Moment. Ah ja, hier ist er ja. Holt die Musikanlage ab. Ja, guten Tag, ne? Ich glaube, den Bus kriegen wir so an sich nicht rein, aber... Hallo? Muss ich einfach einsteigen? Joa, ich nehme den einfach mal mit, ne? Ähm. Ähm. Ja, tut mir leid. Aber ihr dürft hier eh keine Party machen wegen Corona. Ähm. Chill, ähm. Das ist hier ein bisschen ungünstig gerade. Gut, ähm. Bist du unser... Upsi. Ja, ist das unser DJ? Oder was hockt der da oben noch? Na gut, dann machen wir... Oh. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, wir... Äh. Ich glaube, wir haben den unten gebracht. Naja. Äh. Der macht nur ein kleines Schläfchen. Ups. Vielleicht sollten wir nicht... So fahren, dass... Ich glaube, das tut ein bisschen wie... Ich hoffe, der lebt noch. Das sieht aus wie ein Battle Bus aus Fortnite, ne? Von innen könnte das... Junge, was machst du denn da oben? Chill doch mal. Oh nein, oh nein, oh nein. Äh. Es war zum Glück niemand da. Auf Wiedersehen. Ja, ne? Ist jetzt unsere Musikanlage. Ich weiß zwar nicht, ob wir die jetzt... Ich... Nein, die haben wir nicht illegal geholt. Ähm. Ich sage einfach, das war schon so. Das war's eh nicht alles so in den Club rein. Oh, 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 oh. Wie knapp war das denn? Schön, dass wir wenigstens noch die, äh... Stereoanlage... Beigehalten haben. Also... Wenn das immer tiefer wird, haben wir am Ende nur noch den Bus. Aber wir beleuchten hier schon gut den Tunnel. Finde ich... Klasse. Ja, ne? Ich habe eine viel geilere Karre als du. Hallo? Als ob das so richtig unnormal wäre, mit dem Teil hier rumzufahren. Habt ihr noch nie Party gemacht, oder was? Habe ich zwar auch hier nicht, aber... Pfff. Äh. Ja, ich sage doch. Fällt nicht auf, ne? Und das war, glaube ich, die... Zwei... Oh, nein. Scheiße, pass auf. Du hast Glück, dass wir nur die Lautsprecher an der Seite brauchen. Oh, nein. Okay, die können wir wenigstens nicht verlieren. Ach, na. Oder können wir die verlieren? Also, der macht mir gerade so richtig Angst. Wir haben jetzt schon mindestens 50% der Anlage verloren. Mann, das ist so richtig traurig. Einfach nur. Aber... Wer hat sich hier auch die Rote ausgedacht? Wo soll ich denn langfahren, wenn hier überall so Unterlaufungen sind? So, jetzt können wir wenigstens die Ampeln nicht mehr rammen. Das haben wir schon mal gut gemeistert. Was ist das denn bitte hier für ein Navi? So. Okay, da sind wir auch. Hallo. Komische Frau, die ich nicht kenne. Oh. So, nachdem wir den halben Bus geschrottet haben, um die Hälfte verloren haben. Doch, sie geht. Schön aus. Oh, nein. Ich dachte, die haben den gefeiert. Den kriegst du wieder, wenn du Promis hast. Ja, das brauche ich jetzt erst nach dem Schock hier, dass dir noch nicht gefeiert ist. Ja. Bin deiner Meinung. Wie zahle ich denn eigentlich pro Monat? Ja, bitte. Jo. Schatzi. Mit dem verstehe ich mich doch. Ey, der soll doch Promis holen. Was macht der denn? Das sind solche Flachpfeifen, ne? Nee. Hallo, Tone. Sniff? Ja, no thanks. Hey, Baby. Vier Schuss. Good news. The big European is on the wing. Private, of course. Spared no expense as you're paying. Well, it was a cheap plane, but whatever. Should we go and pick him up? Warum kriegt der jetzt einen kurzen? Der hat noch nix gemacht. Egal. Okay, dann holen wir mal unsere Promis hier ab. Okay, dann holen wir mal unsere Promis hier ab.